Ja, musst du jetzt nicht lachen. Nein, ich hab nicht gelacht. Das tut mir dann auch ein bisschen weh, weil er ist in guter Form und lässt so eine 100%ige dann liegen. Aber so ist Fußball. Oh, 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 oh. Das ist, das war raus bitte für die drei Euro. War alles so gut? Das hätte ich nie gedacht, dass ich das sage. Niemals, ich auch nicht. Großer Topfassmoment. Und wir können auch nicht sagen, dass du da irgendwie verleitet wurdest dazu, sondern das hast du ganz selber fabriziert. Ich war jetzt gerade auf meiner Couch zu Hause, wo ich reden kann, wie ich will. Und für mich ist es dann so, ich sitze dann hier und denke, da lache ich nicht drüber. Weil da tut er mir leid, der Stefan. Da habe ich dann wieder, weißt du, wie du mit den Spielern, habe ich dann mit den Experten mitgelebt. Groß Doppelpass. Mit sowas muss ich jede Woche zusammen sein. Schon hart.